Daten mit den Nachrichten und machen uns einen kleinen Überblick, ich habe ein bisschen was für euch aufbereitet. Die politische Linke. Die Linkspartei zerfällt gerade. Grüne und SPD sind stehend K.O. Wie könnte eine moderne linke Politik aussehen? Vorweg eine gute Nachricht. Es gibt einen Satz, auf den sich die Linke in Deutschland einigen kann. Zitat, dieses Land braucht eine linke Partei. Die schlechte Nachricht allerdings ist, dass es höchstwahrscheinlich auch der einzige Satz ist, auf den man sich einigen kann. Und er ist zudem mehr Wunsch als Wahrheit. In Wahrheit nämlich befindet sich die Linkspartei in einem schier unaufhaltsamen Verfallprozess. Am Wochenende haben die beiden Vorsitzenden Janine Wissler und Martin Stürrwahn ihren Rückzug angekündigt, was unter normalen Bedingungen das Signal für einen Aufbruch sein könnte. Die Frage allerdings lautet, wohin? Mit Personen hat das Desaster der Linken nur am Rande zu tun. Vielmehr geht es um grundsätzliche Probleme des Linksseins, die hier besonders deutlich zutage treten. Die Linke mag zwar die kleinste aller Bundestag vertretenen Parteien sein, sie ist aber zugleich diejenige, die sich die meisten ideologischen Strömungen, Unterströmungen und Subvarianten der jeweiligen Unterströmungen leistet. Ein weltanschauliches Organigramm der Linken kann man sich vorstellen wie ein Gemälde, vor dem Menschen stehen bleiben, den Zeigefinger ins Kinn legen und sagen, hm, interessant. Wichtig ist also erstens, dass die einen die anderen natürlich für Verräter halten und umgekehrt. Diese Kleinstkriege werden zweitens dadurch verstärkt, dass sie sich stets in sicherer Entfernung zur Macht abspielen. Der wichtigste Kampf ist immer der um den nächsten Spiegelstrich. Denn in der Linken wird grundsätzlich wahnsinnig viel über Politik geredet und wahnsinnig wenig Politik gemacht, was wiederum dazu führt, dass alle Energie ins Reden fließt und das geht eigentlich nie gut aus. Drittens kreist all das Reden um die immer gleichen Themen. Will man eine Partei für die Arbeiter sein oder für das Dienstleistungsprekariat, für den Osten oder für den Westen, Identitätspolitik oder Klassenpolitik und so weiter und so weiter. Die Gegensätze wurden zu Gitterstäben, die auch nach der Trennung von Sarah Wagenknecht niemand zu durchdringen möchte, vermochte. Nun gut, könnte man sagen. Was interessiert mich das Schicksal der kleinen Linkspartei? Es gibt ja noch zwei andere linke Parteien. Grüne und SPD sind allerdings stehen K.O. Die sozialen Gegensätze verschärfen sich und zugleich wenden sich, wie zuletzt mehrere Untersuchungen zeigten, insbesondere arme Menschen, rasant von der Ampel ab. Die ökologische Transformation ist vom Versprechen zur Bedrohung geworden und wenn man Olaf Scholz und Robert Habeck zuletzt reden hört, hat man nicht das Gefühl, dass hier irgendjemand einen Plan hat. Das Bündnis Sarah Wagenknecht übt sich derweil vor allem in Wagenknechts Spezialdisziplin. Ressentiments erkennen und verstärken. Klassische linke Forderung, gute Renten, höhere Löhne, hat sie zwar noch im Programm, aber ihren Fokus richtet die neue Partei vor allem aufs Dagegensein. Gegen Elektroautos und Wärmepumpen. Gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Überhaupt gegen alles, was die Regierung so beschließt. Gesellschaftlich gibt es für diese Art der Wutpolitik durchaus eine Nachfrage. Aber ist es wirklich die letzte Chance für Linke, dass sie im Reden und Handeln kaum noch von Rechten zu unterscheiden sind? Wie es anders gehen könnte, lässt sich derzeit ausgerechnet in den USA beobachten. Hier gibt es eine linke Partei, die ihren inneren Widersprüchen für den Moment beiseite räumt, die auf gekonnte Weise machtorientiert und diszipliniert agiert und insbesondere in der Figur des Running Mate Tim Walz, einen Archetypen für moderne linke Politik entwickelt hat. Ein Mann, der in seiner Freizeit Fasane jagt und sich als Governor für die Rechte von Transmenschen eingesetzt hat. Ein Gewerkschafter, der für das Recht auf Abtreibung kämpft. Ein Football-Coach, ein Ex-Soldat, ein Autoschrauber, der linke Politik betreibt, ohne dass sie besonders links daherkommt, sondern schlicht vernünftig. Für die Kampagne von Kamala Harris ist Walz eine entscheidende Figur. Denn mit ihr bietet sich die Chance, den gesunden Menschenverstand, den Common Sense von links zurückzuerobern. Er verbindet biografische Authentizität mit populärer Politik. Er entzieht sich den Klischees, die gemeinhin über Linke verbreitet werden und hat dazu noch unverschämt gute Laune. So eine linke Partei, die könnte man tatsächlich auch in Deutschland gebrauchen. Der Grund, warum ich diesen Artikel mit reingenommen habe, ist, weil er linker Identitätspolitik in die Fresse tritt. Und es ist wichtig, linker Identitätspolitik keine weitere Plattform zu geben, weil linke Identitätspolitik gescheitert ist. Linke Identitätspolitik ist gescheitert. Das funktioniert nicht. It doesn't work. Es funktioniert nicht. Wir haben es erlebt. Wir brauchen keine linke Identitätspolitik. Wir brauchen linke Realpolitik. Wir brauchen eine linke Politik, die sich auf die Probleme der Arbeiter konzentriert, auf Probleme mit ungerechten Steuerverteilungen. Das ist das, was wir brauchen. Und nicht die Frage, wer, wen, wann, wie gendert. Damit schafft man keine Stimmen. Damit schafft man keine Veränderungen. Und wenn das nicht die letzten Jahre klar geworden ist, kann man auch nicht mehr helfen. In keiner Art und Weise. Und es wird sich tatsächlich entscheiden, wie das mit der Partei weitergeht. Ich meine, ob es überhaupt weitergeht. Anhand der neu ausgerichteten Parteivorsitzenden, die denn dann gewählt werden. Wenn sie gewählt werden. Sollten die nächsten Parteivorsitzenden auch linke Identitätspolitik nach vorne treiben? Oder das im Zusammenhang mit ihrer, mit ihrer, mit ihrem Profil verschärft in den Vordergrund rücken? Dann kannst du es vergessen. Dann kannst du es vergessen. Verkehr. Ab morgen gelten neue Regeln zu Cannabis am Steuer. Im Juni hat der Bundestag Regeln zu Cannabis im Straßenverkehr beschlossen. Morgen treten sie in Kraft. Komplett verboten ist Cannabis am Steuer dann nicht mehr. Es gilt aber ein strikter Grenzwert. Für Autofahrerinnen und Autofahrer gelten ab diesem Donnerstag neue Bestimmungen für Bußgelder für Cannabis am Steuer. Und der Bundestag hat im Juni folgendes beschlossen. Für den berauschenden Wirkstoff Tetrahydrocannabinol THC ist ein Grenzwert von 3,5 Nanogramm je Milliliter Blut festgelegt. Wer vorsätzlich oder fahrlässig mit 3,5 Nanogramm THC oder mehr fährt, riskiert künftig in der Regel 500 Euro und einen Monat Fahrverbot. Wird dazu noch Alkohol getrunken, drohen in der Regel 1000 Euro Buße. Wie bei Alkohol kommt in der zweijährigen Führerscheinprobezeit und für Fahrer und Fahrerinnen unter 21 Jahren ein Cannabisverbot. Die Grenze von 3,5 Nanogramm gilt also nicht. Bei Verstößen drohen in der Regel 250 Euro Buße. Bei THC am Steuer geht es um Cannabiskonsum aller Art. Also Joints, Esswaren, Getränke, Öle und Extrakte. Bisher galt die strikte Linie, dass schon beim Nachweis von THC am Steuer Folgendrohen. Dafür hatte sich eine Rechtsprechung einen Wert von 1 Nanogramm etabliert. Also es ist dreimal so viel jetzt. Der Artikel ist jetzt hier vorbei. Um das ganz kurz mal in die Realität einzusetzen. Wer dauerhaft Cannabis konsumiert, kann so gut wie kein Auto mehr fahren. Und ehrlich gesagt sollte er das auch nicht. Weil es schon extrem lange im Blut vorhanden ist. In 24 Stunden lassen sich diese 3,5 Nanogramm vermutlich nicht abbauen. Und damit meine ich beim längeren Konsum. Wir haben dazu auch mal ein paar Studien gelesen, wo drin steht, dass je intensiver und je regelmäßiger man das konsumiert, desto nachhaltiger setzt sich das in den, ich glaube im Fettgewebe. Ich weiß nicht, ob es im Fettgewebe war, aber im Körper auf jeden Fall fest. Und desto länger braucht es auch, dass das abgebaut wird. Sprich, wenn ihr jetzt also am Abend euch eine Hip-Hop-Zigarette reinzieht, also wenn ihr das regelmäßig macht, dann ist es unter Umständen nicht so, dass ihr am nächsten Morgen wieder unter 3,5 Nanogramm seid. Besonders bei regelmäßigen Konsum. Allerdings, wenn das eine einmalige Sache ist oder in seltenen Fällen passiert, sollte das gehen. Wie sich die Realität, also die Verkehrsrealität dann irgendwie darstellen wird, das wird man in den nächsten Monaten sehen. Aber das ist wirklich, da muss man jetzt vorsichtig sein. Man musste natürlich vorher schon extrem vorsichtig sein, weil ein Nanogramm natürlich auch schon, das ist natürlich vollkommen schlecht. Also lieber nicht die Hotbox im Fiat Punto machen. Oder zumindest damit rechnen, dass man auf den Sack bekommt, wenn man dann kontrolliert wird. Kann ja auch sein, dass man da irgendwie durchkommt oder so. Landtagswahlen in Ostdeutschland. Wählen gehen, ändert nischt. So heißt der Artikel legit. Vor den Landtagswahlen tourte die DGB-Chefin Jasmin Fahimi durch Sachsen, Thüringen und Brandenburg und erlebt ein Lehrstück über die Beziehungskrise zwischen Arbeitern und der SPD. Manchmal ist die wichtigste Botschaft die, die jemand nicht sagt. Zitat, schon die neuen Umfragen für Sachsen gesehen? Fragt Jasmin Fahimi, als sie sich in die Autositz fallen lässt. Zitat, die CDU ist jetzt vorn, 33 Prozent. 50 Prozent, AfD bei 30 Prozent, Bündnis Sarah Wagenknecht bei 13 Prozent. Über die Partei, in der sie, die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes, seit 38 Jahren Mitglied ist, verliert sie nicht mal ein Wort. Und warum auch? Die SPD rangiert bei 6 Prozent. Für sie geht es in Sachsen, auch in Thüringen, wo die Bürger in eineinhalb Wochen wählen werden, nur noch darum, den Sturz aus dem Landtag zu verhindern. Und wenn die Kanzlerpartei doch herausfliegt, Zitat, das wäre schlecht, sagt Fahimi. Aber möglich ist das. Deutschlands oberste Gewerkschafterin tourt in diesen Tagen durch die drei ostdeutschen Bundesländer. Es ist eine Reise, die Fahimi durch verschiedene Betriebe führt. In Sachsen, in Thüringen, in Brandenburg. Wo ja auch noch im September gewählt wird. Die GB-Chefin geht es um Löhne und Arbeitszeiten, um große und kleine Sorgen. Darum, was sie noch in Berlin tun kann als Cheflobbyistin der Arbeitnehmer. Die größere Geschichte aber, die über diese Reise schwebt, ist die Geschichte einer Entfremdung. Dass die SPD, während sie im Bund regiert, gleich in zwei ostdeutschen Bundesländern um den Einzug in den Landtag kämpfen muss, hat auch damit zu tun, dass ihr die Arbeiter weglaufen. Ihre frühere Kernklientel. Bei der Europawahl im Juni wählten gerade noch mal zwölf Prozent von ihnen die Sozialdemokraten. Die mit Abstand meisten 33 Prozent stimmten stattdessen für die AfD. Eine Verschiebung, die Wahlen entscheiden kann. Die Frage ist deshalb, ob sich auf der Reise mit der DGB-Chefin etwas über diese Entfremdung lernen lässt. Die aktuellen Umfragen zur Landtagswahl Stand 20.8. In Sachsen sind die CDU zwischen 29 und 34 Prozent, die AfD zwischen 28 und 34 Prozent, Bündnis Sarah Wagenknecht zwischen 12 und 15 Prozent, die Grünen zwischen 4 und 7, die SPD zwischen 4 und 7, die Linke zwischen 3 und 5. Die Freien Wähler zwischen 2 und 4 und die FDP zwischen 2 und 3. Montagvormittag. Fahimi steht an der Abbruchkante des Braunkohletagebaus Weltzoo Süd, an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg. Unten in der Grube dröhnt der Schaufel Radbagger. Oben spricht jetzt Hendrik Heymann. Dichterbart Blaumann. Heymann ist 40 Jahre alt und er sagt, dass er seinen Job sehr gerne macht. Er hat es vom Baggerführer zum Vorarbeiter geschafft. Seit 24 Jahren ist er beim Energieversorger lag, der den Tagebau betreibt. Und er will hier noch lange A bleiben. Zitat, aber wie es genau für mich weitergeht, das weiß ich nicht. Naja, du verlierst deinen beschissenen Job. So geht's weiter. Du kannst nicht in einem Braunkohletagewerk für immer arbeiten. Warum sagt dem Mann das niemand? Hä? Kann man denen das nicht sagen? Hallo, Sie arbeiten in einem Braunkohletagewerk? Sie werden hier nicht mehr arbeiten. Suchen Sie sich einen neuen Job. Wir müssen Sie unbedingt in einen anderen Job bekommen. Haben Sie sich schon mal mit Windrädern auseinandergesetzt? Nee, interessiert keinen. Müssen einen anderen Job machen. Das ist die Zukunft. Der Ausstieg aus der klimaschädlichen Kohle ist längst beschlossene Sache. Bis 2038 werden die Tagebau- und Kraftwerke nach und nach stillgelegt. Heymann findet das richtig so. Und er will sich auf die Zeit danach vorbereiten. Ende des Jahres beginnt er eine Weiterbildung zum Wasserstoffexperten. Damit, so hofft er, kann er später einmal in der grünen Kraftwerken arbeiten, welche die Leak in der Gegend bauen möchte. Das Problem, der Energiekonzern weiß gar nicht, ob er die Kraftwerke auch bauen darf. Die Bundesregierung hat die Aufträge noch nicht ausgeschrieben. Sie ringt noch mit der EU-Kommission um komplizierte rechtliche Fragen. Außerdem ist bislang nicht klar, wo in Deutschland die Wasserstoffleitungen laufen werden, die für die grünen Kraftwerke zwingend erforderlich sind. Die nächste Umfrage. Umfragen zum Landtagswahl in Brandenburg, Stand 6.8.2024. AfD bei 22 bis 27 Prozent. SPD bei 16 bis 21 Prozent. CDU bei 16 bis 21 Prozent. Bündnis-Sacher-Wagenknecht bei 14 bis 19 Prozent. Die haben sie nicht alle in Brandenburg, wirklich nicht. Grüne bei 5 bis 8 Prozent. Linke bei 3 bis 6 Prozent. Und FDP bei 2 bis 3 Prozent. Heymann will sich seinen Optimismus nicht ruinieren lassen. Es werde schon etwas kommen, sagt er. Das Glas ist halb voll, nicht halb leer. Doch das sehen nicht alle hier in der Lausitz-Zoo. Betriebsratschef Thoralf Smith etwa ist ziemlich sauer. Die Bundesregierung halte ihre Versprechen nicht ein, sagt er. Da sei ja nicht nur die Sache mit den Wasserstoffleitungen, sondern auch die mit dem Geld. 617 Millionen Euro habe der Bund für Maßnahmen zugesagt, die die Mitarbeiter für den strukturellen Wandel fit machen sollen. Nun aber wollte die Regierung nur noch 200 Millionen Euro überweisen. Zitat Das schürt Frust und den Frust sehen wir in den Umfragen zu den Landtagswahlen. Die Beziehungskrise zwischen der SPD und den Arbeitern hat viele Ursachen. Die Bindung an die etablierten Parteien nehmen überall in Deutschland ab. Im Osten waren sie ohnehin nie stark. Aber auch wegen der Linken hatte es die SPD hier in vielen Gegenden immer schon etwas schwerer. Manche Arbeiter haben sich wegen der Migrationspolitik abgewandt, wegen der Hartz-IV-Reformen oder weil ihnen die Sozialdemokraten zwischenzu woke sind. Rund um den Tagebau in der Lausitz aber offenbart sich noch ein anderer Baustein der Entfremdung. Hier ist es der große Umbruch der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität, der die Menschen verunsichert. Und die Verunsicherung lasten der Bundesregierung an. Den Grünen. Aber auch der SPD. Etwa 7000 Mitarbeiter, die die LEAG und nicht wenige von ihnen fürchten, dass sie irgendwann auf der Straße stehen werden. Vor dem Tagebau ist zu sehen, wer hier versucht, sich die Unsicherheit zunutze zu machen. Zitat Die Gewerkschaftschefin Fahibi ist nicht als Wahlkämpferin in der Lausitz gekommen. Sie findet auch nicht jede Idee der Ampel gut. Und das sagt sie auch. Trotzdem versucht sie, gegen den Frust anzureden. Die Versprechen der AfD seien unverantwortlich, sagt sie. Die Energiewende beschlossene Sache und der einzige Weg in eine gute wirtschaftliche Zukunft. Zitat Ich kann nur darum bitten, bleibt hier am Ball. Sie verspricht, sich für die Beschäftigten in Berlin einzusetzen. Später sagt sie, ein wenig nachdenklich, Zitat Die Menschen hier sind schon oft enttäuscht worden in der DDR nach der Wende und sie fürchten, dass das jetzt wieder passiert. Nächste Umfrage zu den Landtagswahlen in Thüringen. Vom 20.08.24. AfD zwischen 26 und 32 Prozent. CDU zwischen 19 und 24 Prozent. Bündnis Sarah Wagenknecht zwischen 17 und 21 Prozent. Linke zwischen 13 und 17 Prozent. SPD zwischen 4 und 7 Prozent. Grüne zwischen 2 und 4 Prozent. FDP zwischen 1 und 3 Prozent. Das wird so eine Shitshow in ein paar Wochen. In zwei Wochen geht's los. Ich kann euch sagen, schnallt euch jetzt schon mal an. Das wird ganz schlimm. Das wird ganz, ganz schlimm. Enttäuschung ist auch im Raum, als ein Tag später und 150 Kilometer weiter westlich drei müde Menschen im Gewerkschaftshaus in Leipzig Platz nehmen. Zwei Frauen, um die 60, ein Mann Mitte 20. Namen sollen keine Rolle spielen, da sie sehr persönliche Dinge aus ihrem Arbeitsalltag erzählen werden. Sie arbeiten als Gebäudereiniger in der nahegelegenen Uniklinik. Sie putzen und desinfizieren das Krankenhaus, die Bäder, die Treppen, die Verwaltungsräume. Zitat Es gibt Tage, da müssen wir zaubern, sagt eine. Denn die Zeit, 15 Minuten pro Zimmer, reiche praktisch nie. Und dann gäbe es auch noch Ärger von den Schwestern. Zitat Wenn sie mal ein Stäubchen liegt. Zitat Klar, die stehen genauso unter Druck wie ihr, ruft Fahimi, die Gebäudereiniger nicken. Der Sparzwang der Kliniken sei das Hauptproblem, da sind sich alle einig. Vor zwei Jahren hat die zuständige Gewerkschaft IG Bau zwar deutlich höhere Löhne für die Gebäudereiniger rausgeholt. Und die nächsten Tarifverhandlungen sind schon angelaufen. Um gut leben zu können, reiche das Geld aber nicht, sagt der Mann Mitte 20. 1.200 Euro netto habe er im Monat. Davon gegen 700 Euro für die Miete ab. Zitat Mir flattern schon die Inkassobriefe rein. Hast du Wohngeld beantragt, fragt Fahimi. Er sagt Ja, aber das dauert noch ein Weilchen. Bleibt noch die Frage, ob die drei in eineinhalb Wochen zur Wahl gehen wollen. Die Antwort ist ein einhelliges Kopfschütteln. Eine Frau dazu sagt, es ändert sich nichts. Das, was in Brandenburg, das, was in Sachsen, das, was in Thüringen passieren wird, wird schlimm. Also man kann natürlich nicht sagen, wie schlimm, weil Umfragen immer nur Umfragen sind. Aber die Geschichte der Gewerkschafterin, die hier unterwegs ist in den jeweiligen Bundesländern, zeigt, dass es sehr schlimm wird. Vermutlich allem Anschein nach am schlimmsten in Thüringen. Das wird sehr, sehr schlimm. Und diese Katastrophe der potenziellen Gewinne der rechtsextremen AfD in diesen Bundesländern ganz eindeutig und bundesweit eigentlich auch, ohne mit der Wimper zu zucken, würde ich das selbstverständlich sagen. Das sind Faschisten, werden eine ernüchternde Realität auf uns einprasseln lassen. Das wird sehr schlimm. Und sie werden keine Probleme lösen. Sie werden keine Probleme lösen. Sie haben keine Ahnung, wie sie Probleme lösen sollen, weil sie auch keine Vorhaben haben, Probleme zu lösen. Sondern sie sind eine Partei der Wütenden, eine Partei der Unkonstruktiven, eine Partei der Verblödeten, eine Partei der Faschisten. Sie haben keinerlei Konzept. Sie werden gewählt und dann wird sich dann nichts ändern. Und dann, das nächste Mal, werden sie wahrscheinlich entweder hoffentlich nicht gewählt, aber die Leute werden, und sie werden es wieder auf irgendwen anders schieben. Sie sind inkompetent. Das ist keine politische Alternative. Dann habe ich etwas aus der Tagesschau. Ich habe das jetzt beispielhaft für etwas genommen, das mir vor zwei Tagen auch schon aufgefallen ist. Nämlich ein Artikel, bei dem jemand erschossen wurde. Zuletzt wurde eine Frau erschossen, die auch mit einem Messer hantiert hat von zwei Polizisten. Davon habt ihr vielleicht gehört. Aber hier geht es um einen Mann im Frankfurter Hauptbahnhof. Am Dienstagabend wurde im Frankfurter Hauptbahnhof ein 27-Jähriger erschossen. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Nur durch das beherzte Eingreifen von Polizisten konnte verhindert werden, dass er mit einem abfahrenden Zug fliegt. Auch am Nachmittag nach den tödlichen Schüssen am Dienst Frankfurter Hauptbahnhof sind Hintergründe wie ein mögliches Tatmotiv noch vollkommen unklar. Am Dienstagabend hatte ein Mann am Bahnsteig des Gleises 9 einen 27 Jahre alten Mann von hinten dreimal in den Kopf geschossen. Der Mann starb laut der Polizei noch am Tatort. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch erklärte, stehe ein 54-Jähriger mit Wohnadresse in Baden-Württemberg unter dem dringenden Mordverdacht. Der Mann sei durch das beherzte Eingreifen einer Streife der Bundespolizei wenige Meter neben dem Tatort gefasst und an seiner Flucht mit dem wegfahrenden Zug gehindert worden. Er habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Die Tatwaffe, eine Pistole, hatte der Mann den Angaben zufolge bei seinem Fluchtversuch in Richtung seines Opfers geworfen. Sie sei im Rahmen des Spurensicherungsarbeiten sichergestellt worden. Das Opfer habe keine Meldeadresse in Deutschland, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Zu weiteren Details, etwa zu einem möglichen Motiv oder dazu, ob der Opfer und Tatverdächtige sich kannten, machten Ermittler bislang keine Angaben und verwiesen auf laufende Ermittlungen. Dies sollte zeigen, ob es sich um eine geplante Tat handelte, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der mutmaßliche Täter soll am Mittwoch dem Haftrichter in Frankfurt Amtsgericht vorgeführt werden. Am Vormittag seien bereits Zeugen vernommen worden, die die Tat am Hauptbahnhof miterlebt hatten. Der Frankfurter Hauptbahnhof war am Dienstagabend für eine knappe halbe Stunde komplett gesperrt worden. Schwerbewaffnete Polizisten waren im Warmenhofsgelände und an den Eingängen zu sehen. Rund um den Hauptbahnhof standen zahlreiche Polizeifahrzeuge. Betroffene von der Sperrung waren die Regional- und Fernverkehr, Eisbahnen, Straßenbahnen sowie Busse, die in den Hauptbahnhof anfahren. Der Bahnverkehr rollte im Verlauf des Abends wieder an. Wegen der Sicherung von Spuren blieben die Gleise 7 bis 11 bis in der Nacht hinein gesperrt. Gegen 4.30 Uhr sei der Ansatz beendet worden und auch der Bereich um den Tatort wieder freigegeben, sagte die Bundespolizei. Sehr, 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 sehr wild. Also da hat einfach ein 54-jähriger Mann mit einer Waffe jemanden am Bahnhof stehend dreimal in den Hinterkopf geschossen und die Polizisten waren glücklicherweise in der Nähe und haben ihn vor Ort direkt festnehmen können. Ich bin sehr gespannt, ob es dazu noch Motive gibt. Vollkommen, vollkommen verrückt. Vollkommen verrückt. Klingt ja fast nach Mafia, ja so, so in der Art, ne? Irre. Das wollte ich mal mit euch teilen, weil solche Artikel immer mal rechts und links auftauchen. Apropos Verbrecher. Wie der Fiskus illegale Milliarden verschenkt. Rund 30 Milliarden Euro könnte sich Deutschland von Banken zurückholen, die nach illegalen Kum-Kum-Aktien-Deals beteiligt haben. Doch die Ermittlungen laufen nach wie vor schleppend. Woran liegt das? Die Finanzlobby hat hier beste Arbeit geleistet, sagt der ehemalige Kölner Kum-Kum-Chefermittlerin Anne Brohilka und Seufz. Zitat Anders kann man sich das überhaupt nicht erklären, dass sich der Staat diese riesigen Einnahmen durch die Lappen gehen lässt. Für eine derart schleppende Aufarbeitung gibt es für die ehemalige Oberstaatsanwältin keine rationale Erklärung. Hätte Deutschland die geschätzten 30 Milliarden Euro aus Steuerschäden bereits zurückgeholt, gäbe es eine andere Situation bei der aktuellen Haushaltsdebatte. Die Grundlagen, um die Tätern durchzugreifen, seien längst geschaffen. Denn das oberste Finanzgericht hat entschieden, dass diese Geschäfte steuerlich nicht egal sind. Danach folgen weitere Urteile. Und auch das Bundesfinanzministerium hat zuletzt im Jahr 2021 hat das noch einmal bekräftigt. Seit Juni diesen Jahres arbeitete sie als Geschäftsführerin beim Verein Finanzwende. Bei Kum-Kum-Aktien-Geschäften wurden stark vereinfacht Steuern erstattet, auf die kein Anspruch besteht. Es ist also Betrug gegenüber dem Staat. Der RBB hat für die Tagesschau alle Finanzminister und der Länder zum aktuellen Stand der Aufarbeitung befragt. In Bremen, Brandenburg und im Saarland sind die Behörden bisher keinen Kum-Kum-Fälle dieser Art bekannt. Zehn weitere Bundesländer haben keine konkrete Auskunft gegeben. Nur Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen haben detailliert geantwortet. In Hessen konnte seit 2021 gerade einmal zwei Fälle steuerrechtlich rechtswidrig abgeschlossen werden. Bisher soll das Bundesamt damit knapp 13,7 Millionen Euro zurückgeholt haben. Allerdings geht man in Hessen mit dem Bankstandort Frankfurt am Main von einem sehr viel höheren Steuerschaden aus. 95 Verdachtsfälle werden derzeit noch geprüft. Die Gesamtsuppe der zu Unrecht erstatteten Kapitalertragssteuer soll laut hessischem Finanzministerium hier bei knapp 4 Milliarden Euro liegen. Im Rheinland-Pfalzischen hingegen wurden innerhalb der vergangenen drei Jahre acht Fälle abgeschlossen, knapp 11,7 Millionen Euro rechtskräftig zurückgeholt. Drei Fälle waren Ende 2023 noch offen. Dabei geht es um rund 20,6 Millionen Euro. Baden-Württemberg-Hinegen hat bis Ende 2023 in 67 Kum-Kum-Fällen derzeit 480 Millionen Euro zurückgeholt. Diese Beträge sind in Anbetracht der geschätzten 30 Milliarden Euro nur ein Bruchteil des Gesamtschadens. Im Jahr 2021 hatte die Bundesregierung im Koalitionsvertrag beteuert, man werde Zitat alles dafür tun, missbräuchliche Dividenden, Aberritatgeschäfte zu unterbinden und dafür sorgen, dass erlittene Steuerschäden konsequent zurückgefordern und eingezogen werden. Nun soll zwar eine neue Bundesbehörde entstehen, die die Finanzkriminalität effektiv bekämpfen soll, doch Fälle wie Kum-Kum oder Kum-Ex sollen von dem neuen Bundesamt gar nicht angefasst werden. Zwar ist der übergeordnete Betriebsprüfung des bereits bestehenden Bundeszentralamts für Steuer zuständig, das dem Bundesfinanzministerium untersteht. Dennoch schiebt Bundesfinanzminister Christian Lindner die Verantwortung vor allem auf die Länder. Auf Nachfrage betont der FDP-Politiker, es sei die Aufgabe der Steuerverwaltung und der Steuerfahnder der einzelnen Landesbehörden, Kum-Kum-Fälle aufzuklären und Täterinnen und Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Einige Länder schreiben dazu, grundsätzlich habe die Verfolgung von Steuerhinterziehung und organisiertem Steuerbetrug Priorität, allerdings seien die mit Kum-Kum verbundenen Vorgänge sehr komplex und unheimlich zeitaufwendig. Die ehemalige Oberstaatsanwältin Brohilka kritisiert, Zitat, die Finanzverwaltung tut sich unendlich schwer, die Gelder zurückzuholen und auch die Staatsanwaltschaften und Ermittlungsbehörden in Deutschland sind viel zu schwach aufgestellt, um diese Geschäfte systematisch zu verfolgen. Besonders ärgert sie daran, dass die Behörden mit zweierlei Maß messen würden. Bei Drogenkriminalität verfolgt man beispielsweise jeden Fall. Im Bereich der organisierten Wirtschaftskriminalität werde öfter mal weggeschaut. Anders in Frankreich. Hier wurde laut Brohilka extra eine Staatsanwaltschaft gegründet und systematisch ausgestattet. Sie soll sich insbesondere um die Aufarbeitung von Kum-Kum-Fällen kümmern. Im Zuge dessen werden alle Banken, die in Bezug auf mögliche Geschäfte in Betracht kamen, durchsucht. Es geht also einiges, wenn man will. Aber mit einer FDP-geführten Finanzministerium kannst du das wirklich fucking vergessen. Also das kannst du wirklich, da sitzt der Feind in den eigenen Reihen. Der Feind sitzt in den eigenen Reihen. Ein FDP-geführtes Finanzministerium. Ja, Gott sei Dank. Zum Glück. Eieieiei. 30 Milliarden Euro. Oh, 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 oh. Es ist, oieieiei. Habeck würde als Kanzler keinen Finanzminister Lindner haben wollen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat bei einem Dialog, Zeit zu reden mit Bürgerinnen und Bürgern, deutlich Kritik an Politikern aus der FDP und CSU geübt. Vor allem für Finanzminister Christian Lindner hatte Habeck da bedeutliche Worte. Sollte ich jemals Bundeskanzler werden, wird Christian Lindner nicht Finanzminister werden, sagte der grünen Politiker und Vizekanzler auf eine Frage über dessen regelmäßige Streits mit dem FDP-Chef. Die Spitze war eine Reaktion auf eine vorangegangene Äußerung Lindners, in welche er sich gegen die Koalition unter grüner Führung ausgesprochen hatte. Zitat Weiterhin zeigte sich Habeck positiv gestimmt über eine Reform der Schuldenbremse im nächsten Jahr. Nahezu alle Ökonomen und großen Institute der Welt, der Wirtschaft, seien dafür. Nur die Politik ist noch nicht soweit, sagte Habeck. Er sei aber zuverlässig, dass sich 2025 etwas tun werde. Das heißt dann aber nicht, dass Geld ausgegeben werden könne, als gäbe es kein Morgen. In der Ampelkoalition sprechen sich Grün und SPD für eine Reform der Schuldenbremse aus. Lindners FDP ist strikt dagegen. Habeck gilt als der wahrscheinlichste Kanzlerkandidat der Grünen bei der Bundestagswahl 2025. Er, Lindner und Olaf Scholz haben gerade schwierige Verhandlungen über einen neuen Kompromiss über den Haushalt 2025 hinter sich, welcher nach monatelangen Streits am Ende vom Kabinett mit milliardenschweren Lücken in bisher nicht üblichem Ausmach beschlossen wurde. Neben Lindner teilte Habeck auch gegen den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder aus. Diesen könne er inhaltlich fachlich nicht mehr ernst nehmen, antwortet er auf die Frage, warum Söder sich bei Standortfragen, zum Beispiel Aufbau eines Wasserstoffnetzes, benachteiligt fühle. Söder zeige dabei seine, Zitat, tiefe Ahnungslosigkeit. Bundesgesetze würden nun auch in Bayern wirken, führte er aus. Bayerische Unternehmen hätten bereits vor zwei Jahren gesagt, dass der Windausbau vorangetrieben sowie Blockaderegeln abgebaut werden müssten, was auch durchgesetzt worden sei. Bayern sei bei Energiefragen insgesamt auf den Rest Deutschlands angewiesen. Das Bundesland hätte in der Windenergie Nachholbedarf. Zudem würde etwa Wasserstoffleitungen Bayern im Kern in Norddeutschland befüllt. Die Stromleitungen, die von Nordost- und Westdeutschland nach Bayern gebaut werden, seien dazu da, Bayern mit Energie zu versorgen. Zitat, also wenn jemand Grund hat zu sagen, danke Deutschland, dass ihr uns helft, unsere Wirtschaft am Laufen zu halten, dann Markus Söder, schlussfolgerte Robert Habeck. Eine Reaktion aus der CSU erfolgte prompt. Generalsekretär Martin Huber bezeichnete Habeck als den schlechtesten Wirtschaftsminister, den die Bundesrepublik je hatte, dessen Planlosigkeit für die ganze Branche, Zitat, der Sargnagel sah. Laut Habeck würde Habeck seine Bayern-Feindlichkeit ausleben und das Bundesland benachteiligen. Zitat, innerhalb von drei Jahren hat Robert Habeck das wirtschaftliche Zugpferd Deutschlands zu einem lahmenden Gaul gemacht. Ach, das hat er übrigens gesagt mit einem Hut, wo drauf stand, make Bayern great again. Bayern-Feindlichkeit. Bayern-Feindlichkeit. Wie soll man nicht Bayern-Feindlich sein, wenn Bayern durch Markus Söder als Speerspitze repräsentiert wird? Wie soll man nicht Bayern-Feindlich sein, wenn dort Leute wie der, wie heißt der Typ mit seinem Bruder und seinen Flugblättern? Ach Gott, ich habe glücklicherweise gerade seinen Namen vergessen. Hubert Aiwanger. Hubert, wie soll man nicht Bayern-Feindlich sein, wenn dort Hubert Aiwanger eine politische Relevanz hat? Wie soll man nicht Bayern-Feindlich sein, wenn die CSU immer wieder durch solche absoluten trotteligen Aussagen nach vorne kommen? Oh mein Gott. Die Leute, die Söder wählen, ne? Also ganz ehrlich, ne? Ist der letzte Artikel, den ich heute habe. Doch, denke ich. This was. Let's go. Let's go. Let's go. Untertitelung des ZDF, 2020